Hallo, ich bin Baike Sumpflet und ich bin Doktorand beim Deutschen Biomasseforschungszentrum hier in Leipzig. Ich arbeite mit GIS teilweise heute leider nur noch. Früher habe ich das ein wenig mehr getan, vor allem auch in meinem Studium. Dabei habe ich verschiedene Geoanalysen und Landschaftsanalysen durchgeführt. Dabei habe ich auch offene Geodaten verwandt, wie zum Beispiel die Daten von einer Geofabrik. Daher kann ich jedem, der sich für Geografie interessiert, damit fachlich auseinandersetzt oder dergleichen, einfach empfehlen, mit GIS zu arbeiten und vor allem auch mit offenen Geodaten, denn sie sind frei verfügbar, sie sind umsonst, sie werden von einer Community weiterentwickelt und dafür sind sie sehr, sehr praktisch. Der Umgang mit GIS ist einfach schön und es bringt Spaß Karten zu erstellen. Viel Spaß!